Moin moin, ihr geilen Schnittchen, The Woodland Luxury Apartments, one day later. Wir haben unser Ziel erreicht, der Crooked Man ist vorbei, das Ziel ist eigentlich geschafft. Wir haben den Fall aufgeklärt, der Crooked Man ist für schuldig gesprochen. Joa. Hallo Sheriff. Eigentlich sollte er jetzt wieder... Wir sollten jetzt alles geschafft haben. Hallo zusammen. Okay, die hassen uns jetzt, scheinbar. Auch okay. Wir sind der große, böse Wolf. Wir haben eh keine Freunde. Auch super. Okay, wie geht's jetzt weiter? Wir fahren zur Farm. Wie das kein Interesse ist. Ich gehe, Jesus. Wie das kein Interesse ist. Sie haben etwa 5 Minuten. Sie haben mich für die Wahrheit. Ich gebe keine Scheiße. Du hast es vergessen. Oh, danke. Es war ziemlich beschäftigt hier. Morgen, Sheriff. Nice fucking day. Ah, shit. Just go grab that, would you? Wie bist du, uh, holding up? Ich weiß, das ist nicht ideal für dich. Just warum die hell hat sie zu senden mir und mein Junge weggebracht, huh? Du hast mir gesagt, ich werde noch eine Chance bekommen. Aber Miss White sagte, ich muss auf die Damm-Farm gehen. Ich habe gesagt, ich hatte das Geld. Aber sie wollte es nicht hören. Komm, Colin. Ich gehe, okay? Calm down. Das ist doch die Stimme von Clementine. Nein, das sehe ich jetzt erst. Ja, sicher. Ich konnte sie alle mit mir nehmen. Und sie sagte, sie lief den besten. Es ist eine Willow Beetle. Das ist eine große. Sie sind cool, weil sie, wenn sie klein sind, sie haben diese Pouchen, die schritten in dir, wenn du sie aufhörst. Ich bin sicher, sie will es lieben. Sie sagte, es war schön. Wie süß. Das ist alles, buddy. Was ist es in der Pfarm? Ich habe gehört, dass die Oger dort leben. Und sie essen Menschen in ihrem Schlaf manchmal. Gott, ich hoffe nicht. Wir müssen gehen. Ich will hier bleiben. Wir haben keine Wahl mehr. Nicht Angst. Du bist viel sicherer da. Es gibt viel Platz, um zu fahren. Und ein schönes Räumen, damit du kannst, wie du es möchtest. Selbst im Tag? Ja. Du musst nicht über die Mundre fragen. Tschüss, Colin. Sagt er uns noch was? Ein rauchendes Schwein. Das ist immer noch wieder geil. Ja, äh, see you around. Tschüss, Frosch. Tschüss, Schwein. Tschüss, Fliegenmann. Hallo, Nerissa. Tschüss. Vielleicht sind die alle verzaubert. Hat sie gelogen? Haha. Aber dann, Faith decided zu bekommen ein bisschen... Leverage. Sie verraten eine Bildung von Crane und Lilly zusammen. Die Minute, Faith verraten diese Bildung, wir hatten eine von einem der Kräuter Manns-Allen. Wenn er herauskommt... Ich... Ich hatte keine Wahl. Du musst verstehen. Du hast gesehen, wie wir uns in diesem Ort gehalten haben. Was? Kannst du dir vorstellen, wie sie gehen können, nur um jemanden zu beurteilen, jemanden mit physischen Zeichen? Marissa, was hast du gemacht? Ich habe Angst, okay? Ich dachte, wenn ich weggekommen zu Georgie, er wird der Kräuter Mann, um uns allein zu lassen. Wir können uns einfach vergessen. Vielleicht versuchen wir wieder in ein paar Jahre. Du... was? Also habe ich ihm alles gesagt. Und ich begle mich, für alle von uns. Ich wollte niemanden sterben über eine Bildung. Also hast du sie ausgelöst? Nein! Nein! Georgie hat gesagt, er würde alles mit dem kröken Mann schlafen. Aber dann... Oh Gott! Hier. Erstmal eine Runde rauchen. Erzähl mir alles. Ich weiß nicht, was passiert. Aber die Nacht, in der Klub, Georgie kam zurück, und sagte mir, dass alles verändert hat. Er hatte einen Beispiel von uns. Wir haben uns verletzt. Und während wir zwei von uns sitzen da, als er mir sagt, Faith kam in, und ich musste mir schauen, während Georgie... Wait. Also Georgie hat dir das alles gesagt? Nicht der Kräuter Mann? Nach dem Well, du sagst... Ich weiß, was ich sagte. Aber es war nicht die Wahrheit, war es? Was ist das? Ich weiß, dass der Kräuter Mann das gemacht hat. Also was, wenn es nicht die Wahrheit war? Es war genug wahr. Also, du denkst, dass es gut ist, zu lieben? Ich weiß, dass er die Todeslösen hat. Ich werde ihn nicht mit dem, wegen einer schrecklichen Technikale. Especially nach... der Nacht, nach Faith. Ich versuchte, zu lieben, aber sie war nicht mit ihrer Entfernung. Also habe ich das nur, was ich konnte. Ich... Ich... Ich schaute Faith's auf der Tür. Du? Ich schaute sie hier. Und ich schaute sie. Ich schaute, dass vielleicht, wenn ich sie nicht zu retten... Warum solltest du das tun? Ich habe nicht gedacht, ob eine andere Art, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Also, du... du hast alles begonnen? Ich habe einfach... dich in die richtige Richtung. Menschen wie uns, immer wieder vergessen. Der Kräuter Mann war das. Wenn wir das, machen wir es im Silenz. Und der Welt mag es so. Wir einfach... fangen, wie wir nie existieren. Ich konnte es nicht sehen, bei Faith. Oder Lilly. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist nicht wahr. Es ist. Du hast einfach nie gesehen. Aber jetzt hast du. Du hast. Du hast es richtig gemacht. Du und Snow. Ich weiß nicht. Es scheint, dass es nicht egal, was ich mache, es einfach nicht genug für sie. Oder für jemanden. Ich kann nicht mit diesen Leuten gewinnen. Ich weiß, es könnte so sein, aber sie brauchen dich, Bigby. Both von dir. Du zwei machen ein guter Team. Die Art, wie du uns aufhören und aufhören. Und aufhören für uns. Du hast das oft nicht gesehen, diese Tage. Ich einfach... Ich gehe raus, und mache mein Job. Ich mache mein Leben auf die Linie. Ich mache mich. Ich mache was für sie. Ich mache was für sie. Aber am Ende des Tages, ich bin immer der schlechte Typ. Ich weiß. Aber sie kommen wieder. Sie sehen. Sie sehen. Nachher alles, was du für uns getan hast. Vielleicht wollen sie nicht sagen, aber... ohne dich, nichts anderes hätte passieren können. Du hörst. Wenn niemand anderes hätte. Du schickst. Du schickst. Du schickst. Du schickst in diese Stadt. Endlich. Du schickst. Du schickst. Du schickst. Jeder sieht, wie er wirklich war. Du schickst. 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 Und ich schickst. Frau claims. Weil ich weiß, wenn jemand nur ein Totem gegeben hat. Der deutsche Mann. Es war es Gott. Ich mache viel Fehler. Du hast auch viel gebrauchten. Und du hast auch viel gut gemacht. Du bist das gut. Du schickst. Du hast dieses yerculoos. For besser oder worse. Fable Town, Von woanders wäre nicht das ganz ohne dich. Lügnerin. Hä? Okay, das verstehe ich nicht. Häh? Das Ende habe ich jetzt nicht gekapiert. Aber... Scheiße. Hä? Warum sind wir jetzt dann hinterher gegangen? Diese Gedankenspiele, die habe ich jetzt nicht gecheckt. Fuck. Sehr gut. Ich habe die Pointe nicht verstanden. Oh Mann. Alles klar, sehr gut. Vielleicht habt ihr sie verstanden. Ja, dann würde ich gerne das in den Kommentaren von euch hören. Fand das wäre sehr, sehr nett. Und ich gucke mir das gleich dann nochmal in der Nachbearbeitung an. Warum ich das jetzt irgendwie nicht richtig verstanden habe. Hm. Nein, wir sind noch wieder hinterher gerannt. Okay. Wir gucken uns die Player-Choices an. What did you do to Georgie? Die... Ja gut. Killen oder liegen lassen wäre eigentlich dasselbe gewesen. Ich wollte es mir einfach angucken. Guck mal. 70% haben auch ihm den fairen Prozess gegeben. 21% haben ihn nur geköpft. Gut. Oh, did you accept TJ's Gift for Snow? Ja, warum denn nicht? Wer ist denn so ein Arschloch hier? 70% What were your last words to Nerissa? Was? I've made a lot of mistakes. Ha. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Also ich gucke mir das auf jeden Fall nochmal an. Und dann bin ich jetzt mal... Special stats sind immer sehr gut. Beast, you lied to him about seeing Beauty outside the apartment. Alles klar. Na dann. Beauty, you promised her you wouldn't tell Beast that you saw her outside the apartment. You impressed her with your detective skills. You offered him protection at the business office. Alles klar. Ups. Colin, you gave him a drink when he asked for a run in your apartment. You sent Colin to the farm. Ja, gut, das haben wir wohl getan. You took him back to the witching well and you ripped his head off. Jo. Und D. You chose to burn him with a cigarette during the interrogation. Ja, das haben wir. Ich war ein bisschen brutal manchmal. You confiscated D's money while he was in custody. Und ja, Doom ist auch tot. Faith ist ja sowieso tot. You gave her money after the fight with the woodsman. Ich glaube, die würde auch nicht leben, oder? Georgie, you smashed up his place. Okay, klar. Das war witzig. You took money from Georgie safe. Ja, Geld ist immer gut. So, Greenleaf. You offered her a job. Wie viele Leute es gibt. You ripped his arm off. Okay, das hätte ich vielleicht nicht tun sollen damals. Aber na gut, da kam er mir noch irgendwie böse vor. Nerissa. You gave her a cigarette during your final conversation. Okay. Snow. You brought her along with you to the trip trap. You showed her Crain's photograph of her. You promised to bring the crooked man back alive. Das haben wir getan. Tiny Tim. You chose to wait for him. Ach ja, das war der Krüppel, der nicht laufen konnte. Genau. TJ. You accepted his beetle and promised to give it to Snow. Okay, da muss ich mich in der nächsten Staffel dran erinnern. Und Toad. You slapped him during the interrogation in his apartment. You stood up for him when Snow wanted to send him to the farm. You gave him money. Okay, eigentlich war ich da ziemlich bei Toad und Colin etwas inkonsequent. Aber eigentlich ist es ja richtig, dass dann die bösen Tierchen, die sich das halt nicht leisten können, damit nicht alles auffliegt, in zur Farm kommen, wie auch immer. Obwohl TJ tut mir schon ein bisschen leid. Naja. Was war denn das jetzt hier für ein zweimal klopfen? Hab mich jetzt ein bisschen erschreckt. Aber das war's mit der ersten Staffel. Und, ähm, hätte ich mal das Ende verstanden. Weil das lässt jetzt gerade bei meinem Fazit irgendeinen Fadenbeigeschmack nach, weil, das hab ich hier kapiert. Aber sonst war die wieder saumäßig kurz, ja. Und, wenn ich mit Walking Dead das vergleiche, ist The Wolf Among Us doch schon deutlich das schlechtere Spiel. Von der Story her. Gefällt mir auf jeden Fall nicht so gut wie Walking Dead. Äh. Sonst ist das eigentlich... Ja, hat schon eine coole Story gehabt, muss man ja schon sagen. Interessant auf jeden Fall. Ist aber auf jeden Fall viel, viel tiefgründiger als The Walking Dead. Um das nochmal wieder zu vergleichen. Und, äh, diese ganzen Sachen mit dem, mit den, äh, mit dem Sheriff sein, mit den Leuten umgehen. Und das nicht richtig machen. Und das wiederum richtig machen. Und dann bist du das Arsch. Und dann musst du dich wieder so entscheiden. Und, ja. Generell halt diese Ordnung zu wahren. Wenn man das versucht, überhaupt. Ist das schon, glaub ich, nicht so einfach. Ja. Aber, ja. Ich würde dem Spiel jetzt so insgesamt gesehen, äh, zwei Minus geben. Würde ich sagen. Also ich bin jetzt nicht unendlich geflasht von dem Spiel. Und hab mir jetzt gedacht, okay, ich freu mich auf jeden Fall auf die neue Folge. So wie bei Walking Dead beispielsweise. Ich komm immer zu Walking Dead zurück. Weil es für mich halt von Telltale Games der, das, 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 der Referenzwert ist. Und, äh, ja. Naja. Auf jeden Fall. Wenn euch das Spiel gefallen hat, kauft euch das Spiel. Kauft euch hier diese Fable-Sachen. Ja. Da könnt ihr euch dann dazu was vielleicht durchlesen. Oder was auch immer. Das ist ja, wie gesagt, auch ein Spin-Off sozusagen zu den Comics oder was. Wenn ich das richtig verstanden habe. Gibt es dazu eigentlich eine Serie? Dann würde ich mir die vielleicht mal gerne angucken. Weiß ich nicht. Dann. Ja. Würde ich mich auf jeden Fall bedanken fürs Zusehen. Haut rein, meine kleinen Schnittchen. Und, ähm, ja. So. Wir sehen uns dann, denke ich mal wieder bei The Walking Dead. Tschüss.